Patientenbefragungen sind ein wichtiges Instrument für die Qualitätssicherung. Darum haben wir solche in Vergangenheit immer wieder durchgeführt. Der Arbeitsaufwand war erheblich und die statistische Auswertung mühsam und kostenintensiv. Das Internet ist der Schlüssel zur organisatorischen Effizienz. Es erlaubt eine hohe Flexibilität und eine optimale Integration in unsere Kundenprozesse bei geringeren Kosten. Sämtliche Daten werden online erhoben. Neue Technologien haben sich dabei optimal bewährt. Die integrierte Datenbank ermöglicht eine tagesaktuelle und übersichtliche Ergebnisauswertung. Trends können wir sofort erkennen und zeitnah darauf reagieren. Der strategische Blick voraus wird für Praxen immer wichtiger. Befragen Sie Ihre Patienten zu ihren medizinischen Dienstleistungen. Denn die Zufriedenheit unserer Patienten ist die Voraussetzung für zukünftigen Praxiserfolg.